Herzlich Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche genossen, das Wetter. Ich hoffe, es war bei euch auch so geil. Es war richtig so schön. Nochmal so 20 Grad, nicht zu warm, nicht zu kühl. Sonnig, ich habe es sehr genossen. Ich hatte die Woche eine Hündin bei mir, die auf dich aufgepasst hat für eine Woche und war demnach sehr viel draußen und habe es sehr, sehr, sehr genossen. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, euch geht es gut. Ich nehme diese Folge heute im Bett auf mit Wärmflasche und bin sehr, sehr dankbar und froh, dass ich das so machen kann, dass ich meinen Podcast einfach so aufnehmen kann. Denn ich war noch so im Überlegen, wann ich es mache und hatte aber schon die Tage immer wieder gemerkt, ich habe weniger Energie, PMS-Phase, ein bisschen Stimmungsschwankungen. Und hauptsächlich merke ich es einfach immer am Energielevel. Es ist so die Tage vor meiner Periode, einfach massivst mein Energielevel in den Keller sinkt und ich einfach, also ich zwar Lust habe, Sachen zu machen zum Teil, auch Ideen habe und so und auch Sachen umsetzen möchte, aber ich habe keine Energie, keine Kraft und merke das Einzige, was mein Körper braucht, ist Liegen, Ruhe. Und ja, jetzt habe ich mich entschlossen, so ein bisschen passend zu dem Thema über einen kollektiven Glaubenssatz zu sprechen, ein weiterer in meiner Reihe. Ich habe ja schon etwaige kollektive Glaubenssätze hier durchdekliniert, sowas wie, das hat uns auch nicht geschadet oder ja, mir fallen jetzt gerade gar nicht mehr die ganzen anderen Sachen ein. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr schon länger zuhört, dann macht das doch einfach mal, ist auch so ein Satz, ja, macht das doch einfach mal, ist doch nicht so schwer. Ja, ihr könnt durch meine letzten Folgen scrollen der letzten Jahre und dann werdet ihr sehen, das ist nicht das erste Mal, dass ich so einen kollektiven Glaubenssatz auf den Prüfstand stelle und das ist tatsächlich einer, der mir zugeschickt wurde, mehrfach, als ich mal eine Umfrage auf Instagram gemacht habe, wo ich fragte, hey, was sind denn so typische gesellschaftliche kollektive Glaubenssätze, die ihr mitgegeben bekommen habt in der Familie, in der Schule, die euch heute noch sehr, sagen wir mal, das Leben schwer machen. Man weiß irgendwie, dass das Glaubenssätze sind und irgendwie hat man auch zum Teil sogar auch schon versucht, die aufzulesen, aber es ist dann doch auch gar nicht so einfach. Ja, und wer schon gelesen hat, weiß natürlich, um welchen es geht. Der wurde mir, wie gesagt, mehrfach zugeschickt und zwar, da muss man durch. Ähm, ja, der ist gepaart, beziehungsweise hat auf derselben Stufe solche Sätze wie, da muss man dann halt auch mal durchziehen oder da muss man die Arschbacken zusammenkneifen, dazu habe ich gleich eine Mini-Anekdote. Ähm, na, da muss man jetzt mal, äh, ne, so Disziplin und ein bisschen Durchhaltevermögen, da bla 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 und so weiter. Ihr wisst genau, ich weiß, dass so gut wie jede Person, die hier zuhört, wahrscheinlich diese Art von Glaubenssatz kennt, ähm, in irgendeiner Fassung. Ähm, das ist nochmal was anderes, wie das macht man halt so. Auf den werde ich auch nochmal eingehen. Aber dieses, da muss man durch, ist, äh, ja, ist sehr vielschichtig und natürlich auch unterschiedlich intens. Also je nachdem, was man so in seiner Kindheit, Jugend erlebt hat, kann das natürlich auch wirklich ein sehr, ähm, kann das sehr heftig sein, weil man vielleicht schlimme Dinge erlebt hat und das mit jemandem geteilt hat und, äh, die Person einem nicht so richtig zugehört hat, nicht ganz verstanden hat, das selbst verdrängt hat und dann sowas sagt wie, ja, da muss man halt durch, ne, das, es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht ändern, bla bla bla. Ähm, und dazu möchte ich heute einfach ein bisschen was erzählen, beziehungsweise, ähm, meine Gedanken dazu teilen, meine Erfahrungen dazu teilen und fange jetzt einfach mal mit der aktuellen Situation an, die ich gerade habe, dass ich hier liege und ich habe Unterleibsschmerzen. Ähm, nicht starke, also nicht so, dass ich denke, oh Gott, ich kann mich nicht, ich kann mich kaum bewegen, das hatte ich früher auch, also das kenne ich natürlich von mir auch. Wenn ich sehr viel Stress habe, dann knockt mich mein Körper halt richtig aus, aber ich merke halt, es ist, ähm, ja, also ich blute halt, ne, was soll ich sagen? Dazu gibt es mittlerweile auch genug, ähm, Informationen im Internet, die immer, ähm, ja, immer öffentlicher, zugänglicher werden, dass die Schmerzen, die manche Frauen oder auch wahrscheinlich viele Frauen bei ihrer Periode haben, ähm, den Schmerzen einer, einer Herzattacke gleichen, was ich halt auch richtig krass finde. Da habe ich vor kurzem noch ein Video zugesehen, wo ich dachte so, ja, cool, stabil und wir gehen dann irgendwie noch arbeiten und denken, wir müssen das durchziehen und, ähm, dazu möchte ich einfach auch in aller Kürze was sagen, denn wenn du als Frau hier zuhörst, die, ähm, menstruiert, sprich die nicht die Pille nimmt oder nicht hormonell verhütet, ich erkläre es nochmal in aller Kürze für alle, die es nicht wissen, auch für Männer, die hier zuhören, in dem Moment, wo wir hormonell verhüten und die Pille nehmen, ähm, schalten wir den weiblichen Zyklus aus. Das heißt, die Periode in Anführungsstrichen, also die Blutung, die wir dann haben, wenn wir die Pille nehmen und dann pausieren, was ja bei vielen Pillen nach wie vor so gemacht wird, ist eine Abbruchblutung, also eine Entzugsblutung. Der Körper blutet nicht, weil er die Periode hat im weiblichen Zyklus heraus, sondern das ist eine Entzugsblutung. Der Körper lächzt nach den Hormonen, die die Pille sonst reingeben und, ähm, das hat nichts mit der Periode zu tun. Das ist auch der Grund, warum man dann bei dieser Form der Abbruchblutung in der Regel keine, in der Regel, Wortwitz, in der Regel, ähm, ja, wenig bis kaum bis gar keine Schmerzen hat. Ja, also, dass oft Frauen, die starke Menstruationsbeschwerden haben, bis hin zu Endometriose als, ähm, als, ähm, Therapiemöglichkeit die Pille vorgeschlagen wird, liegt einfach daran, dass dann der Zyklus ausgeschaltet wird. Das ist eine, dazu habe ich eine Folge gemacht, die verlinke ich auch. Ähm, das ist Wissen, was viele, vor allem junge Frauen nicht haben, die die Pille, äh, verschrieben bekommen haben, zum Teil im jugendlichen Alter. Das wird denen dann nicht erklärt, die wissen das überhaupt nicht. Ich dachte, bis ich 23, 24 Jahre alt war, dass ich eine Periode habe, aber faktisch hatte ich zwischen meinem 14. und 23. Lebensjahr keine Periode, weil ich hatte eine Abbruchblutung. Ähm, und die wäre auch gar nicht notwendig gewesen. Das ist eigentlich der Oberknaller, wenn man dann feststellt, wie viel, wie viel Tampons und Binden und Produkte, Hygieneartikel man verballert hat für Blut, und was gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema, auf jeden Fall. Kleine Side-Note hier. Also, wenn du hier zuhörst, als menstruierende Frau, als Frau, die nicht hormonell verhütet mit einem weiblichen Zyklus, egal ob er regelmäßig ist oder eher unregelmäßig, wenn du blutest, musst du gar nichts. Du musst nicht. Nein, nein. Du musst auch sonst nicht, da komme ich gleich zu. Aber ich möchte dir gerade, genau dir, die jetzt hier zuhört, die vielleicht damit struggelt, dass ihr denkt, ich muss aber doch dann arbeiten, ich muss dann dies noch erledigen und ich muss noch das und ich muss... Das Ding ist, wir tendieren sogar dazu, nicht nur einfach ein bisschen weniger zu machen, weil das würde auch schon, das würde oft schon reichen, wenn man dann einfach ein bisschen den Gang runterfährt in dieser Zeit der Periode. Nein, wir tendieren dann dazu, weil es uns nicht gut geht, weil wir nicht so viel Energie haben, uns irgendwie trotzdem alles aufzuhalten, um es manchmal sogar mehr aufzuhalten als sonst, um uns unterbewusst zu beweisen, dass wir das ja können. Also das geht ja auch, wenn man seine Tage hat, da muss man durch. Da sind wir wieder bei diesem Satz. Da muss man sich mal zusammenreißen. Den habe ich eben vergessen. Und der Punkt ist, es gibt Situationen im Leben, wo das stimmt. Es gibt Situationen im Leben, wo wir uns zusammenreißen müssen, wo wir durchziehen müssen. Aber das ist in der Regel... Also nee, anders. Das ist die Ausnahme und nicht die Regel. In der Regel können die meisten Dinge einfach auch noch ein bis zwei Tage liegen bleiben. Ja, also die wenigsten E-Mails sind so wichtig, dass man sie unbedingt an diesen Tagen noch beantworten muss. Die wenigsten Sachen im Haushalt sind so wichtig, dass man sie unbedingt machen muss. Ich rede nicht davon, dass wenn man kleine Kinder hat, ja, dann rede ich davon nicht. Aber ob die Hose vom Zwölfjährigen jetzt heute oder übermorgen gewaschen wird, wenn er sonst noch drei Hosen im Schrank hat, du verstehst, ist nicht so wichtig. Dann kann die Wäsche auch noch zwei Tage warten. Man kann sich sogar, oh Wunder, Hilfe holen. Von Freundinnen, von Freunden, Familie, Partnerin, Partner, dass man sagt, hey, ich habe diese ein bis drei Tage im Monat, wo ich nicht so leistungsfähig bin, wo ich nicht ackern kann wie eine Bekloppte, wo ich nicht ständig hier und da und dort sein kann gleichzeitig und das auch gar nicht will und mein Körper sich dagegen wehrt und ich deswegen Schmerzen habe. Ich wollte gar nicht so auf das Thema eingehen heute. Ich wollte es eigentlich nur als Einleitung nehmen, aber trotzdem, du musst nicht. Wenn du dir seit Jahren, Jahrzehnten erzählst, dass du musst, wenn du deine Periode hast, dann lass dir bitte von mir gesagt sein, du musst nicht. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, wie man für sich klar bekommen kann, okay, das Nötigste mache ich jetzt und alles andere verschiebe ich auf in zwei Tagen oder drei Tagen. Und das ist dann auch okay, denn weißt du, wen du dann priorisierst, was du dann priorisierst? Dich, deinen Körper, deine Gesundheit. Vielleicht bin ich auch die erste Frau, die erste Person, die dir das jetzt sagt, aber das ist völlig okay und das ist sogar sehr notwendig, dass wir uns priorisieren. Und dass, wenn wir so extrem starke Periodenbeschwerden haben, dass eigentlich ganz oft nur ein Schrei unseres Körpers ist von, hör mir bitte zu, mach mal langsam, ruh dich bitte aus und gib dir Zeit, oder in dem Fall der Körper, gib mir Zeit, um hier zu bluten. Das ist ein energetisch sehr, sehr anstrengender Vorgang, der da passiert. Dieses Ablösen der Gebärmutter-Schleimhaut. Und es ist kein Wunder, dass wir da nicht so viel Energie haben. Also, wenn du in dieser Denke hängst, wie ich auch ganz lange, dass du musst, ja, aber dann muss ich doch noch. Und ich kann doch jetzt dieses Treffen nicht absagen, weil ich meine Tage habe. Doch, du kannst. Ja, aber das ist wichtig. Ja, aber du doch auch. So, man kann das ewig weiterspinnen. Ich habe lange Gebrauch dafür, deswegen möchte ich an der Stelle sagen, ich glaube, viele, viele Frauen, die menstruieren, haben dieses Thema, dass sie, wenn sie ihre Periode haben, denken, sie müssen. Und ich möchte dir sagen, du musst nicht. So, und jetzt gehen wir mal über zu generell Menschen. So, dieser Satz, da muss man durch. Ich sage jetzt was, was ich sehr oft in meinen Coachings sage und in Gesprächen auch mit Freundinnen und Freunden, wenn wir so, wenn ich diesen Satz höre, ich muss noch oder ich muss, wo ich dann sage, okay, stopp. Wir Menschen müssen essen, wir müssen schlafen, wir müssen trinken, wir müssen atmen, das macht unser Körper in der Regel für uns schon, ohne dass wir es noch aktiv tun müssen, ja. Wir müssen Kontakt mit Menschen haben, im Idealfall auch sehr engen Kontakt, also Nähe, Sexualität, das ist etwas, was wir müssen, weil unser Körper das wirklich verlangt. Und wir müssen, Entschuldigung, die Härte, wir müssen kacken und generell aufs Klo gehen, also Verdauung und urinieren. So, that's it, das müssen wir. Gehen wir noch ein Stück weiter, gehen wir müssen uns reinigen, körperlich reinigen, Hygiene, so. That's it, das müssen wir. Das sind die Dinge, die wir müssen. Ich weiß, jetzt kommen schon einige, ja, aber ich muss doch Geld verdienen und ich muss, ja, 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 aber wir gehen mal auf die absoluten Basics, das sind die Dinge, die wir Menschen müssen, weil wir sonst nicht überleben. Essen, trinken, schlafen, sozialer Kontakt, Verdauung und Hygiene, so, das sind die Sachen, die wir machen müssen, dass wir gesellschaftlich natürlich irgendwie an einem Punkt sind, wo wir arbeiten gehen müssen, wo wir Geld verdienen müssen, Geld in irgendeiner Form, also Geld umsetzen müssen, Geld haben müssen, damit wir unseren Alltag überhaupt, ja, auch überleben können, muss man sagen, ist nochmal ein anderes Ding. Das stimmt, natürlich, natürlich, aber da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten und da steckt nämlich dann ganz oft dann irgendwelche, ja, aber ich muss doch jetzt, ich muss doch in diesem Scheißjob bleiben, ich muss doch jetzt irgendwie diesen Unterricht machen für absolute Dumpingpreise, also Unterricht geben, weil mir laufen doch sonst die Leute weg oder was auch immer wir uns dann erzählen. Ja, was wir alles machen müssen, das würde ich mal hinterfragen. Ich würde dir gerne den Impuls geben, schau mal, wie oft du im Alltag den Satz beginnst, ich muss noch. Ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht. So, jetzt habe ich aber ja ganz bewusst als Satz dieses Mal, da muss man durch. Der wird ganz oft eingesetzt in Situationen, wo auch die Wahrnehmung abgesprochen wird von einem selbst, wo einem die Wahrnehmung abgesprochen wird, also wo man sagt, das und das beschäftigt mich, das und das ist, meine Bedürfnisse werden hier nicht gehört, das sagen ja die meisten schon gar nicht so viel, so tiefgehend ist es ja schon gar nicht. Aber sie berichten quasi von einer Situation, die sie belastet und wenn das Gegenüber keine, ich sag mal, auch unterbewusst, keine Energie reingeben möchte für eine Lösung, eine Lösung zu suchen. Oder vielleicht auch einfach keine Lösung weiß, was ja auch völlig fein wäre, ploppt aus uns Menschen ganz oft dieser Glaubenssatz, dieser kollektive, gesellschaftliche Glaubenssatz, ja Gott, manchmal muss man auch einfach da durch. So, und das können die unterschiedlichsten Situationen sein, das können Sachen aus der Schule sein, ich weiß auch, dass mir hier Schülerinnen und Schüler zuhören, Situationen, Konflikte, Sachen an der Hochschule, Uni, auf der Arbeit, im Privatleben, mit der Familie, mit Freunden, was auch immer. Man geht zu jemandem hin und erzählt, was einen beschäftigt und belastet und eigentlich ist man auf der Suche nach einer Lösung dafür oder nach verschiedenen Lösungsansätzen. Gut, manche Menschen wollen auch keine Lösungen haben, die wollen nur jammern, aber es ist ein anderes Thema. Das sind auch oft die Leute, die dann sagen, man muss man durch. Und dann kommt der Satz, anstatt hinzugehen und ich bin gerade sehr tief im Thema drin, deswegen komme ich gleich nochmal zu. Anstatt hinzugehen zu sagen, ey, ich höre dich, ich fühle dich, ich verstehe, vielleicht nicht, aber ich kann das nachfühlen, wie es dir geht. Und vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung für deine Problematik, für deine Situation, aber ich höre dir jetzt einfach erstmal zu und höre dich und sehe dich mit den ganzen Dingen, die dich beschäftigen. Anstatt das abzuwatschen und abzubügeln, zu sagen, ja, manchmal muss man da halt auch einfach durch. Da muss man dann mal sich zusammenreißen und die Arschbacken zusammenkneifen. Und da möchte ich dir jetzt an der Stelle wegen den Arschbacken mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich arbeite jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr lange für mich mit meinen inneren Themen. Innere Heilungsarbeit, innere Kindarbeit, Therapie, Selbsterfahrungsgruppen, verschiedenste Atemtechniken, mit denen ich mich in Zustände atme, wo ich irgendeine scheiße, alte Scheiße, alte Seelenleben loslasse. Also ich mache das wirklich schon ziemlich, ziemlich viel. Ich mache viel Körperarbeit. Ich bin Yoga-Lehrerin. Ich habe ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem Körper und bin sehr eng im Austausch und schaue immer wieder und spüre immer rein, wo irgendwo was steckt. Mir ist vor kurzem erst, obwohl ich das schon so lange mache, ist mir aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel an der Spüle stehe und spüle oder beim Kochen oder in Situationen, wo ich auch im Haushalt so bin, Wäsche aufhänge. Und ich da stehe. Ich unfassbar angestrengt meine Arschbacken zusammenkneife. Das ist ein paar Wochen alt, diese Erkenntnis. Wirklich, es ist noch nicht lange. Und seit mir das aufgefallen ist und mir das dann in den Momenten jetzt in den letzten Wochen aufgefallen ist, entspanne ich bewusst meinen Hintern, meine Gesäßmuskulatur. Ich weiß, dass da ganz, ganz, ganz viel Schmerz und Wut und Zorn und Scham in dieser Muskulatur steckt. Ich weiß, dass da ganz, ganz viel von mir im Beckenbereich, aber auch vor allem im Gesäßmuskel feststeckt. Weil ich in meinem Leben sehr, sehr oft die Arschbacken zusammengekniffen habe, durchgezogen habe, obwohl ich gegen meine Bedürfnisse gegangen bin, gegen meine persönlichen Bedürfnisse, gegen meinen Willen zum Teil. Dass ich Sachen gemacht habe, wo ich eigentlich keine Lust drauf hatte, wo ich eigentlich gerne was anderes gemacht hätte in dieser Zeit. Und ich dann aber ganz oft gehört habe, da muss man durch. Da muss man durch und da muss man sich zusammenreißen. Und dieser Satz ist ja in unserem Gesprachgebrauch in Deutschland. Da muss man die Arschbacken zusammenkneifen und mal durchziehen. Und Leute, wenn ich irgendwas kann, dann das. Das kann ich super. Das ist in meinem System sehr gut verankert. Und ich weiß, dass viele Menschen, die hier zuhören, das können. Das durchziehen, dieses so, okay, ich mache das jetzt ohne Rücksicht. Und jetzt kommt es ohne Rücksicht auf meine Bedürfnisse. Und das mache ich nicht mehr. Das mache ich halt nicht mehr. Das mache ich gar nicht mehr. Also es gibt Momente, wo ich merke, dass ich da wieder in dieses alte Muster verfalle. Und ich merke es halt Gott sei Dank früh genug, dass ich dann dagegen steuere und sage Stopp. Nein. Und das war für mich eine Riesenerkenntnis, dass ich selbst im Alltag, in meinem Safe Space, in meiner Wohnung, in der ich mich so wohl fühle, wo ich mit meinem Partner auch hier nicht mir Gedanken machen muss, jetzt kommt auch noch so ein Weiblichkeitsthema da rein, wie mein Hintern aussieht. Denn ich habe natürlich ganz, ganz lange in meiner Jugend auch das Thema damit gehabt, dass, ja, ich sage das einfach mal so, ich meinen Arsch zu groß fand, zu fett. Ja, ich habe das auch leider oft gehört, auch von Jungs, das hat natürlich auch nicht geholfen in der Pubertät, ja, dass mein Hinterteil zu groß ist. Und ich das tatsächlich auch durch dieses Zusammenpressen eine Zeit lang offensichtlich versucht habe, ihn kleiner werden zu lassen, was ja völliger Quatsch ist, ja. Und ich eigentlich hier entspannt bin in meiner Wohnung und trotzdem stehe ich hier, bin am Wäsche aufhängen, gucke mir irgendwie ein YouTube-Video an oder höre ein Podcast, höre ein Hörbuch und ich stehe hier und meine Arschbacken sind auf Anschlag angespannt, wo ich mir wieder gedacht habe, wie krass das einfach verankert ist. Und ich das nicht mehr möchte. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass mein Körper das Gefühl hat, dass er unter Stress ist. So. Und ich möchte dich dazu inspirieren, mal in deinem Alltag zu schauen. Dein Körper ist dein Kapital, dein Körper ist aber auch ein super Kompass. Dein Körper zeigt dir schon sehr klar, wo er Blockaden hat, wo Verkrampfungen sind. Das müssen nicht unbedingt Verkrampfungen sein, die dann zu Schmerzen führen, sondern das können auch einfach mal so Anspannungen sein, wie zum Beispiel, viele Leute ziehen die Schultern ein bisschen hoch, der Nacken ist immer angespannt. Das ist dann so dieses, ich muss die Halsschlagader schützen, weil da könnte ja jemand, das ist oft so ein Ängstlichkeitsding, dass man so denkt, oh Gott, ich muss meine Schultern hochziehen. Der Rücken ist irgendwie immer unter Spannung. Dann Gesäßmuskulatur, ja. Beine sind durchgestreckt, also die Knie sind durchgestreckt. Spannung in den Füßen, Spannung in den Händen. Dann auch dieses Faust, die Faustballen und in die Hosentasche stecken, um da irgendwie diese Energie festzuhalten, wo man eigentlich gerne mal sagen würde, Alter, was denkst du dir eigentlich gerade? Also wenn Grenzüberschreitungen von außen passieren und so weiter und so fort. Und ich habe tatsächlich jetzt für mich ganz klar diese Verbindung zwischen, das muss man durchziehen, da muss man durch, da muss man die Arschbacken zusammenkneifen und meinen körperlichen Symptomen zum Teil gefunden. Aber auch einfach im gesellschaftlichen, ich sehe das so oft immer noch von außen, wenn ich das beobachte. Auch im Coaching wird mir das ganz oft so gespiegelt, dass Leute mir dann das erzählen und mir dann sogar sagen, ey, ich finde es gerade so erfrischend, dass du mir jetzt nicht sagst, ja, da musst du jetzt durch. Wo ich sage so, ja, warum kommst du denn in mein Coaching, wenn ich dir jetzt sage, da muss man durch, da brauche ich doch kein Geld von dir zu nehmen. Wie witzlos ist das denn? Das kannst du ja auch von irgendeiner Tante XY anhören. Weil ich glaube nicht, dass man da durch muss. Ich glaube, es gibt Situationen im Leben, wo man tatsächlich durchziehen muss. Wie gesagt, das gibt es und das sind Momente, wo es vielleicht auch um Leben und Tod geht, ja, oder wo es um absolute Existenzsicherung geht. Da bin ich voll dabei, aber in ganz vielen Fällen ist das Bullshit, weil ich muss nicht dadurch. Ich muss mich nicht durch was durchcatchen und durchschlagen, so eine Durchschlageübung im Dschungel machen, für etwas, worauf ich, wo ich am Ende eigentlich gar nicht hin will. Also dieses auch, wenn es so um berufliche Sachen geht oder, also Studium oder Arbeit, wo ich dann denke, nee, 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 da musst du nicht durch. Wenn das für dich so anstrengend ist und so wenig Leichtigkeit da für dich ist, dann ist das vielleicht auch einfach der falsche Weg. Und dann, ich rede nicht davon, diszipliniert an etwas zu arbeiten und auch mal sich selbst zu motivieren, wenn man keinen Bock hat. Davon rede ich nicht. So, denn ich rede von diesen Situationen im Leben und ich glaube, das habt ihr auch verstanden, wenn ich das hier so sage, wo man merkt, es geht eigentlich nicht mehr für mich und ich merke, dass alles in mir schreit dagegen, dass ich das aufhören soll, was ich da gerade mache und ich dann mit jemandem darüber spreche und diese Person sagt mir, ja, musst du jetzt mal durchziehen. Kannst ja nicht, man kann ja nicht immer alles so einfach beenden. Ja, warum denn eigentlich nicht, wenn es mir doch nicht gut geht damit, wenn es mich gesundheitlich kaputt macht, wenn es mich mental runterzieht. Wieso soll ich mich denn da durchcatchen? Und ich habe das Gefühl, dass gerade Gen Z, also die Generation jetzt, die gerade auf den Arbeitsmarkt kommt, wo ganz viel Framing und Bashing passiert, was ich absolut nicht in Ordnung finde, dass da ganz viele junge Menschen mit Anfang 20 so reflektiert mit sich sind auch, ich kann das nicht pauschalisieren, aber ich habe das erlebt mit vielen, mit denen ich auch gesprochen habe in der Altersklasse, die sich mittlerweile sehr klar darüber sind, was sie nicht wollen und was sie wollen und gehen dafür los, was sie wollen und das, was sie nicht wollen, das limitieren sie oder lassen sie aus ihrem Leben draußen und sagen, mache ich nicht. Und lassen sich dann auch nicht mehr erzählen, ja, da muss man aber doch durch. Das muss man doch dann durchziehen oder sagen, warum? Wenn es mich nicht glücklich macht, wenn es mich nicht weiterbringt, wenn es mich nicht dorthin bringt, wo ich hin will. Natürlich muss man dafür wissen, wo man hin will. Aber dieser Satz, da muss man durch in Situationen, wo es der Körper und auch das mentale Gerüst, also das mentale, ich habe ein bisschen Wortfindungsstörung, wenn ich meine Tage habe, aber ich entschuldige mich nicht dafür, also auch die mentale Gesundheit darunter leidet, dann will ich mir doch von einer anderen Person nicht anhören, ja, aber da musst du jetzt durch. Nur weil das vor 20 Jahren der Fall war oder vor 40, dass man dann da durch musste. So. Und ich möchte dich dazu inspirieren, dir den Impuls geben, beobachte das mal bei dir. Wann du diesen Satz selber zu dir sagst, wenn, oder diese Art von Sätzen, na, da muss ich jetzt durchziehen. Wann passiert das? Mit welchen Themen hat das zu tun? Welche Menschen sagen das zu dir? Es kann, es kann sein, dass das deine Eltern sind. Es kann sein, dass das deine Family ist, die das dann zu dir sagt. Und es ist aber auch völlig fein, wenn du sagst, ich möchte trotzdem nicht. Auch wenn mir meine Eltern sagen, ich muss das durchziehen. Das mag rebellisch sein. Oh ja, vielleicht sollten wir mehr Rebellen und Rebellinnen auf dieser Welt haben, die dann schauen, dass es ihnen gut geht und dann wiederum auch schauen können, dass es anderen gut geht. Ich kann ja immer nur für andere auch da sein, wenn es mir gut geht. Und wenn ich nicht auf mich aufpasse, dann macht das niemand. Und nur weil wir von einer Generation groß geworden sind, die von einer völlig aufopfernden Generation aufgezogen wurde, die wiederum auch ganz oft sehr aufopfernd waren und ihre Bedürfnisse komplett in den Hintergrund gestellt haben und das später dann ihren Kindern schlimmstenfalls vorhalten und sagen, ich habe alles für dich geopfert, wo ich mir denke, ja, hat dich niemand drum gebeten? Und wofür kann das Kind jetzt eigentlich was? Egal, wie alt das Kind ist an der Stelle. Und da möchte ich einen Tipp geben, einen Herzenstipp, eine Herzensempfehlung an der Stelle. Und zwar, ich habe es, glaube ich, schon mal hier erwähnt. Es gibt auf Instagram die Kathi Weber, GFK mit Kathi. Sie ist ausgebildete Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Sie hat einen Podcast. Sie hat zumindest ein Buch von ihr, habe ich schon gelesen. Das hat sie mit einer Kollegin zusammengeschrieben. Ich höre ihren Podcast. Ich suchte den gerade durch. Ihr Instagram-Kanal ist sehr inspirierend. Sie hat sehr, sehr viele, auch kostenlose Möglichkeiten bei sich, in ihrer Community, sich zum Thema gewaltfreie Kommunikation, bedürfnisorientierte Erziehung zu kümmern. Und der Knaller ist, ich habe ja noch keine Kinder. Ich beschäftige mich gerade damit, um mein eigenes Kind noch zu heilen, eigenen Kinder, seien wir ehrlich, ich habe mehrere innere Kinder, um meine inneren Kinder zu heilen und auch aus pädagogischen Gründen. Ich werde dazu noch mal eine extra Folge machen, weil ich finde bedürfnisorientiertes Unterrichten hochspannend. Das ist eine völlig andere Kiste, wie es seit vielen Jahren und Jahrzehnten gemacht wird. Übrigens egal, wie alt die Schülerin oder der Schüler ist, nicht nur, weil es Kinder sind. Denn ich habe immer mit Erwachsenen, wenn ich zu tun habe, auch mit deren inneren Kindern zu tun. Das ist so. Und ich mache das natürlich auch, weil ich irgendwann Kinder möchte. Und sie hat eine unfassbar tolle Art, das so gut und einfach zu erklären. Und man sitzt dann manchmal da und denkt sich so, wie krass das einfach ist, was wir uns da selber erzählen, was wir da zum Teil Kindern und Jugendlichen erzählen. Auch als Lehrkräfte, aber natürlich auch als Eltern dann machen, wenn sie nicht auf ihre Bedürfnisse achten und das irgendwann auf ihre Kinder projizieren und denen vorwerfen und, 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 und. Also ich meine, da könnte ich jetzt hier, ich bin kein Psychologie-Podcast, aber ich beschäftige mich halt sehr viel mit diesen Themen. Ich möchte sie an der Stelle einfach empfehlen. Kathi Weber, ich feiere ihr und ihre ganzen Inhalte und kann es nur empfehlen, ganz egal, ob du jetzt, wenn du hier zuhörst, Eltern, also ob du Kinder hast oder nicht, ob du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest oder nicht. Ich finde, jeder Mensch sollte sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, denn bedürfnisorientiert zu leben bedeutet eben, seine eigenen Bedürfnisse auch wahrzunehmen und auch zu befolgen und zu schauen, was brauche ich denn gerade. Und das geht für mich zum Beispiel eben nicht mehr, wenn ich dann sage, ich achte auf meine Bedürfnisse, ich nehme die wahr und ich teile das mit jemandem und die Person sagt mir, ja, aber da musst du jetzt durch. Weil am Ende ist das ja nichts anderes. Ich spreche darüber, dass mich etwas stört, dass etwas gegen meine Bedürfnisse geht und ich möchte aus der Situation irgendwie raus oder irgendwie schauen, wie ich das anders für mich lösen kann. Und dann bekomme ich gesagt, naja, muss man, muss man durch. Oh, ich heiße so viel wie, deine Bedürfnisse sind scheißegal, stell das zurück und jetzt zieh durch. Und das ist, finde ich, keine Option mehr. Denn wenn wir uns unser Krankheitssystem angucken, ich sage bewusst nicht Gesundheitssystem, weil mit Gesundheitssystem hat das hier nichts mehr zu tun. Und ich möchte hier nicht bashen gegen Ärzte oder Ärztinnen oder so, um Gottes Willen, sondern einfach, es sind so, so, so viele Menschen da draußen mit Symptomen unterwegs, mit Zivilisationskrankheiten etc. pp., die natürlich auch sehr stark vom Lebensstil beeinflusst werden. Das wissen auch alle eigentlich. Alle wissen das, ja. Wir wissen eigentlich, was gut für uns ist und wir wissen eigentlich, was wir nicht machen sollten oder nur in Maßen. Und dann scheißen wir da drauf. Und dann wundern wir uns, wenn jemand völlig gestresst ist, dass diese Person irgendwann in Depressionen landet oder im Burnout landet, dann noch irgendwelche körperlichen Symptome mit on top kommen und nicht mehr arbeitsfähig ist. Und gleichzeitig wollen wir aber keinerlei Zeit und Energie in Prävention stecken. Also in Prävention in Form von, ja, zum Beispiel Yoga. Therapie kann man auch machen, wenn man nicht als Kind stark misshandelt wurde. Möchte ich hier auch nochmal an der Stelle sagen, falls du dir erzählst, ja, aber ich bin doch gar nicht, meine Kindheit war doch gar nicht so schlimm. Ja, habe ich auch gesagt. Habe ich auch gedacht. Und das hat auch nicht immer nur was mit Eltern zu tun. Das muss man auch dazu sagen. Das möchte ich auch nochmal sagen, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du musst einen Scheiß. Du musst einen Scheiß. Und es wäre schön, wenn diese Folge dich dazu inspiriert, dir mehr zuzuhören und das auch ernst zu nehmen, was dein Körper dir da meldet und dein Geist. Wenn dir dein Geist meldet, ey, wir brauchen mal eine Pause hier, dass du das ernst nimmst und nicht darüber hinweg gehst, weil du irgendwelche Erwartungen erfüllen willst, weil du für irgendwen anderes gerade wohl denkst, ja, aber das ist doch wichtiger. Wenn wir immer alle anderen und alle anderen Bedürfnisse wichtiger nehmen als unsere eigenen, dann kriegen wir irgendwann die Karmerschelle dafür. Und mit man, da muss man jetzt durch oder muss man sich zusammenreißen, ist das der Weg dahin, dass man seine eigenen Bedürfnisse missachtet. Und dann auch noch sehen den Auges. Man weiß, dass es einem nicht gut tut und man macht es trotzdem, weil man denkt, ja, man muss das jetzt ja irgendwie, nee, das macht man halt so. Nein, lass den Scheiß. Wenn es dir nicht gut tut, wenn es dich körperlich und mental runterzieht und du merkst, es tut dir nicht mehr gut, du kannst es eigentlich nicht mehr, dann, man findet für alles eine Lösung. Auch das, auch diesen Satz habe ich bei Kathi Weber so oft gehört. Man findet für alles eine Lösung. Vielleicht aber nicht mit den Menschen, die dir sagen, da muss man halt durch. Und damit wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche und ich mache mir jetzt noch einen gemütlichen Tag hier im Bett mit meiner Wärmflasche und in der kommenden Woche bin ich in Rheinsberg, in meiner zweiten Heimat sozusagen, bei der ich schon sehr, sehr oft war. Bei der. Ihr merkt schon, mein Hirn, ne? Meisterkurs, Querflöte, Karen Levine. Habe ich hier auch schon mal drüber gesprochen. Ist aber nicht schlimm, wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede. Ich fahre auf jeden Fall auf dem Meisterkurs nach Rheinsberg und werde dort ein bisschen Flötenurlaub machen. Also ganz viel Flöte üben. Habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Bis dann.